Ob Sie Schwierigkeiten mit Online-Käufen haben, sich mit unfairen Vertragsbedingungen konfrontiert sehen, eine Reklamation durchsetzen möchten oder andere verbraucherrechtliche Anliegen haben, ich stehe bereit, um Ihnen zu helfen. Mein Ziel ist es, für Sie das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und sicherzustellen, dass Ihre Rechte als Verbraucher gewahrt und durchgesetzt werden. Als Ihr Anwalt lege ich großen Wert auf eine vertrauensvolle und transparente Zusammenarbeit. Ich verstehe, dass rechtliche Probleme oft stressig und verwirrend sein können und es ist mir wichtig, dass Sie sich bei mir gut aufgehoben fühlen. Kontaktieren Sie mich gerne und wir können gemeinsam besprechen, wie ich Ihnen in Ihrer spezifischen Situation helfen kann.